So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und guck mal was wir da vorbereitet haben, aber erstmal müssen wir noch hier unser Kanalmaskottchen für den Monat Juli einblenden. Der Gewinner der Raidmania im Juni hat nämlich bestimmt, dass für den Juli das Shiny Mew das Kanalmaskottchen ist, weil die Leute immer nicht wissen, was ist denn Raidmania, was bringen denn die Punkte, warum ist da ein Mew? So, das hängt damit zusammen. Das ist in den Infovideos dann immer am Start und begleitet uns und jetzt halt jetzt auch hier so. Ich, guck mal kurz was wir hier oben noch versteckt haben, wenn wir das weg machen, ich seh die hier hinten, da ist einfach, da sind so Kochlöffel und da ist natives Olivenöl, ja. Und hier ist eine Schüssel mit Tomaten und passend zum Spületrend-Account haben wir hier eine richtig tolle Spüle aufgebaut für euch. Da ist noch ein Topfkratzer und ein Schwamm. Außer es ist ein Stück Seife, man weiß es nicht genau. Wir packen euch jetzt mal hier zwischen Pflanze und Wasserhahn. Betrachtet diese Spüle und es geht um Spületrend. Denn ihr wisst ja, mein Hauptaccount ist jetzt 30 Tage auf Urlaub. Deshalb habe ich einen neuen Account gemacht, den ich die 30 Tage bespielen möchte. Das ist dieser Account und der heißt Spületrend. Und für alle Hater, die jetzt sagen, ja, du bist ja nur neidisch und sonst was und hin und her. Spületrend ist theoretisch in einem Stream als Insider entstanden, weil wir gerade ein Spületrend-Video geschaut haben zusammen, weil wir gucken ja trotzdem ab und zu mal rein und unterhalten uns auch immer darüber, weil der Daniel hat immer die besten und schönsten Infos und Videos und das passt einfach alles wie die Faust aufs Auge. Da steckt viel Arbeit drin in der Inszenierung, wie das alles zurechtgemacht ist. Wenn es um News geht, Spületrend auf jeden Fall die Nummer 1. Und Genaya hatte dann gemeint, ja, sie muss gerade spülen oder so oder sie ist gerade noch am Abspülen, sie ist gerade noch am Spülen. Und dann habe ich gesagt, achso, gut, wir gucken Spületrend, Genaya guckt halt Spületrend so lang. Und dieser Name war in dem Moment so lustig und hat sich so eingeprägt, dass ich, als ich einen neuen Account machen musste, wie nenne ich den? Ich weiß es nicht, Spületrend, fertig, weil das ist das, was mir hängen geblieben ist. Dieser Account wurde am 08.07. erstellt. Am 08.07. jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 13.07. Ich nehme dieses Video auf für den 14.07. für den Donnerstag, wo ich nicht da bin. Wir haben jetzt insgesamt 308 gelaufene Kilometer, 7000 gefangene Pokémon, 2800 besuchte Pokestops, 13,3 Millionen EP und eben 8.07. als Dardom. Wir sind schon auf Level 38. Ich habe ja geguckt, ich wollte schauen, dass ich in diesen 30 Tagen, wo ich mit meinem nicht spielen kann, wir diesen Account von Level 1 auf Level 40 ziehen. Es sieht sehr gut aus, dass wir das schaffen. Ich habe auch am ersten Tag direkt 200 Freundschaftsanfragen gekriegt. Ich habe die 200 angenommen, sodass ich wieder 200 neue hinterherkriegen konnte. Ich habe die nächsten 200 angenommen. Ich habe die 400 Freunde voll. Mehr geht nicht. Ich habe immer noch 137 Anfragen ausstehend. Das ist richtig brutal. Das finde ich richtig stark von euch. Ihr seid die Besten. Und was der Account sonst gerade so macht oder zu bieten hat. Ich habe jetzt noch ein paar Forschungen auf, die ich nebenbei auch immer probiere. Hier Feldnotizen, Team, go rocket. Da wisst ihr ja, momentan kann man da das Kryptolatios bekommen. Das werde ich sicherlich auf den Account auch noch drauf machen. Findet deine Stimme kann ich mittlerweile abholen. Da musste man noch raiden. Durch die Raidmania habe ich ja jetzt geradet. Also das kann ich dann auch noch fertig machen. Eine mysteriöse Entdeckung. Kommt drauf an, ob wir ein Ditto finden. Ein paar andere Sachen habe ich abgeschlossen. Und für euch wahrscheinlich am interessantesten oder wichtigsten. Wie sieht es jetzt mittlerweile aus? Was hat er jetzt für Pokémon? Was hat er jetzt für Hunderter? Was hat er jetzt für Shinies? Wir können erstmal legendär, ja, legendär, seitdem er da ist, sind halt nur Zapdos in den Raids. Deswegen gibt es bis jetzt nur Zapdos. Das Beste haben wir mit 1997. Und ein Shiny Zapdos ist drauf, eben aus der jetzt eben abgeschlossenen Raidmania vom Mittwoch, wonach ich direkt das Video aufnehme. Ein Shiny Zapdos ist jetzt drauf. Das kam von iSkorpions, glaube ich, von der Einladung, nämlich aus Ravensburg, Baden-Württemberg. Insgesamt Shinies haben wir aber, wenn wir mal auf Schillern gehen und nach Nummer sortiert, habt ihr jetzt hier Bisa Sam, Bisa Flor, Glumanda auch als Krypto, Glumanda mit Partyhut, Glutexo mit Partyhut, Glurak mit Partyhut. Wir haben Shigi, wir haben drei Pikachu, Miraplan, Pamacholo sind drauf, Kleinstein, Dragoso, Knogga, Rihorn, Pandimus, Zapdos, Ladybar, Ladyjan, Natu, Sonnenkern, Sonnenflora, Snubbul, Granbul, Miltang, Gekabor, Gewaldro, Zumpex, Zickzacks, Nuturzel, Dras Lagadova, Eneko, Stolunior, Knacklion, Tarnel, Beditzer, Driftlon, Haspiror, Schlappor, Schamjan, Hippopotas, Rihornior, Jorklev, Terriburg, Rilmak. Auch natürlich eins der neueren, ne. Dusselgur, Flunschlik, Funifras, ein paar Skobbel und Krebe, Dartiri, Läufejo, Pyroleo und Velursi. Ich habe schon mal ein bisschen, da wo ich natürlich mehrere hatte, auch mal ein paar entwickelt, das Recht habe ich mir rausgenommen. Ich sehe schon, hier könnte man eigentlich auch mal noch ein Machomai entwickeln. Das ging die ganze Zeit nicht, weil ich nämlich alle Bonbons in ein Machomai gesteckt habe, um das ein bisschen hochzuziehen, dass ich auch ein paar Pokémon habe, mit denen ich was machen kann. Jetzt sind wieder ein paar Reserven da, jetzt würde es funktionieren, dass man auch mal da ein Shiny durchentwickelt. Aber theoretisch bringt euch das ja eh nichts, wenn ich jetzt hier Shinies drauf entwickle. Ich kann die Shinies auch alle so lassen, wie sie sind, dann könnt ihr euch entweder das Höchste rübertauschen oder ihr selber entwickelt einfach das Höchste, damit ihr gleich was habt. Gerade bei Macholo zum Beispiel, wenn ihr seht, das seit jetzt hier 1008, der Kreis ist ziemlich weit hinten. Also wenn man das durchentwickelt und zum Machomai macht, hat man eigentlich schon als Anfänger ein relativ starkes Pokémon, unabhängig von den IV, mit dem man ein bisschen was anstellen kann. Wir gehen jetzt aber erstmal noch auf die vier Sterne. Gucken mal als Hunder da. Ich habe zum Beispiel hier, ich habe ein Bisa Floor erlöst. Ich habe das ein bisschen hochgezogen. Ist ein 100%. Wir haben hier ein Glurak drin. Das ist auch ein bisschen hochgezogen. Und wie ich sehe, können wir sogar noch weiter ziehen. Und das ist das erste Pokémon. Auf diesem. Was ist uns fehlen? Stehe ich nicht. Unser Trainerlevel ist zu niedrig. Ah, wir sind bis jetzt am Maximum und können noch weiter. Auf jeden Fall gut. Glurak ist auch da als 100er. Turtog können wir mal hier noch ein bisschen was machen. Dann machen wir hier gleich eine Max Out Money Folge noch mit raus, sozusagen. Das sind hundertprozentige, hundertprozentige Starter. Könnt ihr immer mal ein bisschen pushen. Hier ging es ja nicht weiter. Bibor, gut. Muss man jetzt nicht unbedingt pushen, oder? Wir machen es trotzdem. Da könnt ihr ja ein Mega-Bibor auch mal draus machen, dass ihr einen guten Käferangreifer habt. Oder so ähnlich. Machomai ist auch 100. Da können wir noch ein bisschen was machen. Und zwar können wir gehen bis zu 3000 von 2.8 auf 3.2. Also ein hundertprozentig Machomai ist auch hier am Start. Kondar Wuchtschlag. Das Geowatz fand ich cool. Das ist auch eigentlich nützliches Pokémon. Wenn ihr jetzt noch keine anderen großartigen Gesteins- oder Bodenangreifer habt, kann man natürlich auch mit Geowatz was machen. Impagador. Ja, da bin ich noch ein bisschen zimmerlich. Funpi. Funpi ist am Start. Funpi wird entwickelt. Das mache ich jetzt direkt. Ist auch noch ein guter Bodenangreifer. Auch jetzt ist der süße kleine Elefant fort. Aber ihr habt dann eben ein Donphan. Was wohl sinnvoller ist zum Kämpfen als das Funpi. Der hat auch einen richtig starken Level gehabt, wie ich gesehen habe. Hat jetzt auch schon direkt 2755 Attacken, Attacken, Attacken. Habe ich jetzt wieder TMs. Machen mal hier Scham. Und hier, was haben wir da? Ladeattacke, Knuddler. Nehmt Scham und Knuddler nutzt es in der GBL. Fertig. Jungglut. Können wir entwickeln? Joa. Wollen wir machen? Wir entwickeln es einfach mal durch. Egal jetzt. Dann habt ihr auch noch ein Logok drauf. Hat jetzt halt nicht die Sieder-Attacke. Aber ihr könnt trotzdem erstmal was mit anfangen. Hallo, das ist ein Account, der ist ein paar Tage alt. Weil der braucht erstmal gute Pokémon, mit denen er auch kämpfen kann. So, Logok nehmen wir noch mit. Kondar, Hitzekoller. Attacken lasse ich erstmal so, wie es ist. Hariyama. Wild gefangen als Hunder da. Könnte man eigentlich auch nehmen, ein bisschen hochziehen. Digga, ich habe keinen Staub mehr. Sehe ich gerade. Guck mal. Mein Staub ist weg. Ich kann nichts mehr maxen. Mein Staub ist weg. Dann habt ihr hier noch Zubiris als Hunder da. Das kennt man ja schon. Ihr habt das hier. Das können wir jetzt auch entwickeln. Das entwickeln wir auch mal kurz. Das ist auch erlöst. Ein erlöstes, hundertprozentiges. Pokémon. Tuska zu Noctuska. Obwohl man damit eigentlich auch nichts macht. Also eigentlich hätte man das auch weglassen können. Ist auch Quatsch. Ist Quatsch. Noctuska, Quatsch. Mit Soße. Und mit, hier mit Gemüse drin. Was haben wir noch? Igamaro. Dings, aber Brigaron ist schon eins. Hier haben wir keine Bonbons. Können wir also nicht entwickeln. Skambisto haben wir keine Bonbons. Läufe, jo. Ja, habt ihr einen Hunderter hier. Das wäre ja dasselbe. Das ist wie gesagt schon ein Hunderter. Da fehlen uns auch, äh, da fehlt uns jetzt mittlerweile der Staub. Haspiror. Müssen wir das entwickeln? Macht man damit was? Eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es sinnlos, diese Pokémon zu entwickeln, mit denen man nichts macht. Jetzt kommt ihr und sagt, warum? Haspiror zu Schlappohr wird doch Megaschlappohr. Schon ist es wieder nützlich. Da habt ihr recht. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Da habe ich einfach entwickelt. Und schon könnt ihr damit vielleicht auch irgendwas machen. Ansonsten sind das ein paar Hunderter, die drauf sind. Ist halt jetzt nicht so krass. Ist nicht so cool. Aber es ist halt wie gesagt ein kleiner Account. Und insgesamt, es gibt ja noch andere Pokémon, die nicht shiny sind, nicht legendär sind, nicht hundert sind. Also, der sammelt noch ein bisschen was. Es ist ja noch Zeit. Es sind ja noch ein paar Tage hin. Aber an sich wächst der. Ich habe auch ein einziges Evoli, habe ich entwickelt. Ist zu einem Aquaner geworden. Hier sind auch noch ein paar andere Starter mit drauf. Wir scrollen einfach nochmal ganz kurz durch. Miltang Shiny. Habe ich eben gar nicht gesehen. Despo da. Das ist zwar kein Hunderter, aber ich habe erst mal eins entwickelt. Trotzdem mit Bissknirscher. Damit man da ein bisschen was Gutes hat. Womit man trotzdem was machen kann. Die Knacklion sind am Start. Bla, 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 bla. Die Kryptos habe ich mir gar nicht angeguckt. Drei Linfu hat er schon. Alle drei gebrütet. Er brütet also auch Eier. Das kommt auch noch dazu. Und hier die ganzen neuen Starter, die zuletzt so da sind. Zwei, drei Wuffels hat er schon gebrütet. Ist es jetzt dunkel? Es ist dunkel. Wir haben aber keine. Ne, es ist noch hell. Und wir haben auch keine Bonbons. Weil hier haben wir nämlich eine Tagform entwickelt. Wir könnten noch eine Nachtform mal machen. Aber dazu fehlen uns auch die Bonbons. Ansonsten war es das jetzt eigentlich erst mal. Das ist die Übersicht. Das ist der Spületrend. Spületrend wird 38. Wir haben einen Grund zu feiern. Ich bin in München beim Hannes zu der Zeit. Guckt bitte abends die Premiere 20 Uhr. Die goldene Meile mit Hannes und Kästow. Lasst euch das nicht entgehen. Das war wieder mega brutal. Das sehen wir uns bestimmt dann im Chat. Weil das ist Premiere mit Chat und so weiter. Während ich beim Hannes bin. Wir gucken das in München. Ihr guckt es von da, wo ihr seid. Und ansonsten mal gucken, wo uns die Reise mit Spületrend noch hinführt. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und denkt dran. Wenn ich meinen Account wieder habe, wird der Account auch verlost. Und danke an jeden, der hilft, den hochzuziehen, zu unterstützen. Und der bei den Raid Manias heute eingeladen hat. Und es wird natürlich noch eine Lavados Raid Mania geben. Es wird eine Dialga Raid Mania geben. Und wahrscheinlich dann noch eine weitere Raid Mania mit einem Pokémon. Was danach kommt, was noch keiner weiß. Vielleicht Palkia. Sehen wir uns dann an. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.